Tiere können Leiden empfinden, Tiere können Schmerz empfinden und deshalb ist es unsere verdammte Pflicht, Tiere zu stützen vor Tierversuchen, die unnötig sind, die wirklich nicht notwendig sind und überflüssig zu dem. In Nürnberg sollen demnächst Tierversuche an Ratten und Mäusen stattfinden. Ihnen soll Arthrose beigefügt werden, also etwas ganz, ganz Schmerzhaftes und ich denke, das ist überflüssig, es gibt andere Möglichkeiten, es gibt Alternativmethoden und dafür setzen wir uns ein. Tiere haben keine Lobby und deshalb gehen wir hier auf die Straße, Tierversuche sind unanständig und unethisch. Tierversuche sind ein.